Moin Moin von der Nordseemilch aus Witzford. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Thies. Und wir haben euch in den letzten Monaten einen Einblick über den Weg der Milch auf unseren Social Media Kanälen gegeben. Und dies möchten wir nun noch einmal Revue passieren lassen. Begonnen mit dem Leben der Kuh auf dem Hof der Landwirte. Wir haben euch gezeigt, wie ihr Tagesablauf ist, wie sie gemolken wird und wie sie grundsätzlich leben. Dann haben wir euch gezeigt, wie der Milchtransport der Rohmilch in die Meierei durchgeführt wird, wie die ersten Beproberungen der Rohmilch stattfinden. Und wusstet ihr eigentlich schon, wie eine Milch hergestellt und verarbeitet wird? Auch das haben wir euch gezeigt. Von der Milchannahme in der Meierei, über die ersten Untersuchungen im Labor, über den Maschinenraum, wo die Rohmilch in die Trinkmilch verarbeitet wird, über die Abfüllung der Milchtüten bis ins Hochregal und der letzten Verladung. Wir haben keinen Schritt ausgelassen. Nun muss die Milch nur noch ihren Weg in den Laden und zu unseren Kunden finden. Entweder in unseren Hofladen oder in den Supermarkt ins Kühlregal, wo ihr sie dann kaufen, mit nach Hause nehmen und genießen könnt. Damit wir also den letzten Weg der Milch dokumentieren können, brauchen wir eure Hilfe. Schickt uns eure Selfies und Videos mit unseren Milchen oder unseren Produkten. Alle Teilnehmer hüpfen dafür in einen Lostopf für unser Gewinnspiel. Weitere Informationen findet ihr im letzten Beitrag. Viel Glück und viel Spaß mit unserer Tierwohlmilch.